Du findest es nie! So, zu mir. So, alles wahr, reihlos! Grüß euch, wir sind ein Teil von Daitopia und wir würden uns sehr freuen, wenn ihr heute am Abend Carinthian Rock Attack einschaltet. Der Link ist ein bisschen schwierig, aber ihr seht es eben da unten. Da gibt es eine ganz spezielle Sendung über uns, mit uns und mit ganz vielen Lieblingssongs von uns. Also wir würden uns sehr freuen, wenn ihr euch das anhört. Wenn ihr euch das anhört und euch alles freut, dann wird es uns zusätzlich noch sehr freuen, wenn ihr am 29. bei unserem Konzert in Backlern Kirchheim vorbeischaut. Rock the devils! Okay, ja, jetzt alle darauf warten. Ich glaube, das hat jetzt nicht jeder ganz so verstanden, was ich mit meiner Gebärdensprache dann versucht habe, die ich nicht wirklich kann. Ich glaube, vielleicht sollten wir es in Englisch sprechen. Also, auf dem 28. November auf dem 28. November ist es auf der Seite ist es ihr könnt unsere Musik und unsere Lieblingsmusik auf Radio via Internet und one day later on Saturday we are playing at Backlern Kirchheim und ja be there like us share us whatever mit mit die mehr wie denn die die w die gar das in der